Ich hab echt keinen Bock auf das Theater. Ausschlafen, futtern, gut isst. Oh, da ist der Opa. Ist ich. Ja, schieß! Merkt ihr denn nicht, wie respektlos das ist, wenn man nicht so viel anders als ein Möbelstück behandelt wird? Also, was darf ich denn heute wieder nicht erfahren? Ich sag dir auch nicht die Wahrheit. Ja, komm. Vielleicht solltet ihr euch nicht so bedrängen. Versetzt dich einmal in meine Lage. Ich dachte, wir haben einfach mal ein schönes Wochenende zusammen. Ganze Familie. Kommt selten genug vor. Ja, danke. Vielen Dank.